Hallo YouTube, es ist mal wieder Zeit für ein spektakuläres Mathe-Rätsel und dieses Mathe-Rätsel handelt von Robin und von Kerstin. Beide haben zusammen 11 Euro und wie es so ist, hat natürlich die Kerstin 50 Cent mehr als der arme Robin. Jetzt ist die logische Frage, wer hat wie viel Euro? Also nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. Starke böse Kerstin und der arme schwache Robin haben zusammen 11 Euro. Die Kerstin hat 50 Cent mehr als der Robin. Wer hat wie viel Euro? Lasst eure Ideen in den Kommentaren freien Lauf und ich bin mir sicher, dass die erste Antwort falsch sein wird. Aber das werden wir natürlich sehen und apropos sehen. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video. Also bis dann, viel Spaß beim Rätseln. Tschüss!